Nichts prägte Berlin so wie die goldenen 20er Jahre. Das Leben in der damals drittgrößten Stadt der Welt pulsiert. Glitzer, Glamour und Vergnügen begeistern die Menschen und werden zum Lebensgefühl. Berlin ist neben London und Paris die europäische Kulturmetropole. Auch der wirtschaftliche Aufschwung zeigt seine Wirkung. Der Westhafen Berlin entwickelt sich zum zweitgrößten Binnenhafen Deutschlands. Die Ford Motor Company gründet in Berlin ihre erste Niederlassung in Deutschland und beginnt mit der Montage des berühmten Model T, der sogenannten Tin Lizzy im Berliner Westhafen. Das Westhafen Event und Convention Center. Die einzigartige Location für erfolgreiche Veranstaltungen an einem historischen Ort in der denkmalgeschützten Lagerhalle 1 im Berliner Westhafen. Zentral in der Bundeshauptstadt, nur unweit vom Flughafen, der Messe Berlin und dem Regierungssitz, ist das WECC ein unvergleichlicher Platz für außergewöhnliche Veranstaltungen. Die direkte Anbindung an den Stadtring sowie S- und U-Bahn-Haltestellen sichern leichte Erreichbarkeit. Ganz besondere Möglichkeiten ergeben sich durch die einmalige Anbindung über Berlins Wasserstraßen. Entlang der Spree finden sich zahlreiche Zustiegsmöglichkeiten und Hotels mit eigenem Landungssteg. Gäste können gemeinsam, unabhängig von der Verkehrslage, bequem und eindrucksvoll auf dem Wasserweg zum WECC befördert werden. Mit seinem multifunktionalen Aufbau bietet das WECC Flexibilität für die unterschiedlichsten Anforderungen. Im Erdgeschossbereich befindet sich zentral das Empfangsfoyer mit Registrierungsmöglichkeiten und Garderoben, sowie bis zu acht kombinierbaren Seminarräumen. Mit einem weiteren Eventfoyer und zwei teilbaren Sälen im Obergeschoss bieten sich Lösungsmöglichkeiten für Veranstaltungen unterschiedlichster Art. Ob ein kleines und feines Get-Together, ein Kongress mit mehreren Panels, eine Messe mit begleitendem Vortragsprogramm, ein elegantes Gala-Dinner, oder ein Workshop zur Einführung der neuen Unternehmensstrategie. Alles ist möglich. Die einmalige Kulisse der historischen Lagerhalle aus den goldenen 20er Jahren machen das WECC zu einer wirklich einzigartigen Location mit besonderem Charme. Die Location für besondere Events. Das Westhafen Event und Convention Center. Das Westhafen Symdeisha. Das Westhafen Event und Innovation Schirie und syndrome. Das Westhafen organism lethal. Das Westhafen Judah verbringt oval. Diese academischen Herausforderungen sind immer noch die ganzeτό